Sie sagten doch, Sie könnten ihn finden. Ich sagte, ich könnte ihn auch finden. Finden müssen Sie. Gefunden. This movie is about a team and the complications of friendship. Ich kann dich nicht beschützen. Ich bin agent im Außeneinsatz. Ich kenne die Risiken und mehr noch, ich bin dein Freund. The guys have been out in the cold and Ethan's out there on this crusade. Kannst du diesen Unbekannten finden? Ich höre nicht drauf, bis ich ihn habe. He will go to any extent and try to save the world. Benji's been out in the field for a while now. So he's a little bit more mature, he's a little bit more experienced. Bist du angespannt? Me, das hast du mich jetzt! But he's no less Benji. Oh, hey, Jungs, hab ich was verpasst? Elsa is a very powerful and mysterious character. Ethan trusts her, but the team is questioning his belief in her. Sie wollte mich erschießen! Das macht sie nicht zu einem schlechten Menschen. She is a feminine version of Ethan Hunt. He meets his match. Bram is back being an analyst. He was kind of on the fringes of being in the field. Ich versuche eine Katastrophe abzuwenden. Luther and Bram really don't know each other all that well and don't trust each other. Und so Täter and Zweifel, auf welcher Seite sie stehen. I love Ben and this character. Oh, man. It's just amazing. Great to see the boys back. They are just brilliant. That sense of camaraderie and that sense of chaos, that's what you're feeling when you're watching the team. Alec Baldwin is the head of the CIA. Alec is an antagonist and a definite threat to the IMF and the team. Wo ist han? We have a great villain with Lane. He's constantly eluding them. Das Syndikat existiert. Und die wissen, wer wir sind. We have an amazing team. They've been through some stuff together. And all that's wrapped up in the most exciting chases and explosions and fights. We have a lot of fun. Mach die Tür auf! Jetzt mach Benji! Benji, öffle die Tür! Oh, mein Gott!